Hallo und herzlich willkommen zum Themenblog MIDI. In dieser ersten Session beschäftigen wir uns damit, was MIDI ist und wie es dazu kam, dass MIDI entwickelt wurde. Im Anschluss daran werden wir noch einen ersten Blick auf das MIDI-Protokoll werfen. Legen wir los. Was ist MIDI und wie ist es entstanden? MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface. Übersetzt digitale Schnittstelle für Musikinstrumente. Eine Schnittstelle ist im Grunde nur ein Synonym für eine Verbindung. Das wissen wir bereits. Über MIDI-Verbindungen können Musikinstrumente, aber auch andere Geräte miteinander kommunizieren. Und zwar wird über ein Kabel immer unidirektional, also nur in eine Richtung kommuniziert. Es gibt einen Sender, der Informationen über seine MIDI-Out-Buchse ausgibt. Dieser Sender könnte zum Beispiel ein MIDI-Keyboard sein. Und es gibt einen Empfänger, der die Informationen an seinem MIDI-Input auswertet. Zum Beispiel ein Klangerzeuger. Es könnte zum Beispiel die Information übertragen werden, dass die Taste C3 gedrückt wird und der Klangerzeuger könnte einen entsprechenden Klang erzeugen. Soweit so gut. Aber was bringt das? Wieso wurde MIDI erfunden? Um diese Frage zu beantworten, machen wir am besten einen kleinen Exkurs in die 60er Jahre. 1967 entwickelte der Amerikaner Robert Mook das erste elektronische Musikinstrument, den Mook-Synthesizer. Dieser konnte lediglich eine Stimme, als in der Praxis eine Note, zur selben Zeit wiedergeben. Im Fachjargon sprechen wir hierbei von Monophonie. Der Mook-Synthesizer war ein monophoner Klangerzeuger. Diesem ersten Synthesizer folgten bald weitere. Hier sehen wir Robert Mook mit einigen seiner Synthesizer in den 70er Jahren. Die Synthesizer wurden immer kleiner, leichter, billiger und besser. Nachdem man mit einer einzelnen Stimme nicht allzu weit kam, wurde zunächst einmal die Mehrstimmigkeit, die sogenannte Polyphonie, entwickelt. Bis heute wurde diese stetig vorangetrieben. Und so bewegen wir uns mittlerweile bei zumindest 128-facher Polyphonie. Ein 128-fach polyphoner Klangerzeuger ist in der Lage, bis zu 128 Stimmen zur selben Zeit wiederzugeben. Eine Stimme entspricht in den meisten Fällen einer Note. Darüber werden wir aber später noch sprechen. Abgesehen von der Polyphonie können moderne Synthesizer meist auch mehrere unterschiedliche Sounds gleichzeitig wiedergeben. Zum Beispiel einen Pianosound und einen Streichersound. Dabei spricht man von Multitimbralität. Ein 16-fach multitimbraler Klangerzeuger kann 16 Sounds gleichzeitig spielen. Alle Sounds müssen sich die verfügbaren Stimmen gemeinsam teilen. Den Musikern reichte Polyphonie und Multitimbralität aber nicht aus. Es kamen immer mehr Synthesizer auf den Markt und jeder hatte seine klanglichen Eigenheiten und besonderen Sounds. Die Musiker wollten viele verschiedene elektronische Klangerzeuger nutzen und bauten bei Konzerten ganze Keyboard-Burgen um sich herum auf. Doch schließlich mussten sie einsehen, dass es ihnen irgendwann nicht mehr möglich war, ihre Ansammlungen von Synthesizern mit lediglich zwei Händen zu bedienen. Anfang der 80er Jahre entstand aus diesem Grund die Idee, etwas zu entwickeln, das es möglich macht, viele verschiedene Klangerzeuger auf einfache Weise bedienen zu können. 1981-82 wurde schließlich der Verein MMA gegründet. Die Midi Manufacturers Association. Dieser Verein setzte es sich zum Ziel, unterschiedliche Geräte fernzusteuern. Sie definierten den Midi-Standard. Midi bietet die Möglichkeit, elektronische Musikinstrumente und andere Geräte fernzusteuern. Zum Beispiel kann man mit einem Master-Keyboard verschiedene andere Klangerzeuger spielen und deren Parameter verändern. Man muss hierfür lediglich die Klangerzeuger per Midi mit dem Master-Keyboard verbinden. Die Verkabelung könnte zum Beispiel so aussehen. Darüber unterhalten wir uns aber später noch. Das Master-Keyboard gibt nur Befehle aus und teilt dem Klangerzeuger per Midi mit, welche Taste gedrückt wird. Der Klangerzeuger spielt entsprechend einen Sound ab. Am Master-Keyboard kann eingestellt werden, welcher Klangerzeuger spielen soll. Das Master-Keyboard kann hierbei ein reines Midi-Keyboard sein, das selbst gar keine Klänge erzeugen kann. Ein solches Midi-Keyboard ist dann eben ein reines Eingabegerät, um Klangerzeuger zu steuern. Es kann aber auch eine eigene Klangerzeugung haben. Ein solches Keyboard spielt dann den eigenen Sound und gibt an der Midi-Out-Buchse Befehle aus. Ist dies nicht erwünscht, so kann man die lokale Klangerzeugung meist im Menü des Keyboards mit dem Befehl Local Off ausschalten. Was ist ein Sequencer? Man kann Midi auch aufnehmen. Und zwar mit einem sogenannten Sequencer. Es gibt Hardware- und Software-Sequencer. Im Sequencer können die Midi-Daten bearbeitet werden. Das heißt, man kann zum Beispiel einzelne Noten, die man gespielt hat, verschieben oder die Tonhöhe ändern. Außerdem kann ein Sequencer die Aufnahme abspielen. Da kein Audio aufgenommen wurde, sondern nur Befehle, kann man auch im Nachhinein noch einen Sound am Klangerzeuger auswählen. Man kann zum Beispiel eine Melodie mit einem Pianosound einspielen und später entscheiden, dass die Melodie doch von einem Gitarrensound gespielt werden soll. Wie funktioniert Midi genau? Nachdem wir nun geklärt haben, was Midi ist und wie es entstand, sollten wir uns der Frage widmen, wie Midi eigentlich genau funktioniert. Da Midi zur Fernsteuerung dient, werden über eine Midi-Verbindung auch ausschließlich Fernsteuerbefehle oder anders ausgedrückt Steuerdaten übertragen. Midi überträgt kein Audio, keine Sounds und keine Klänge. Es werden nur Befehle geschickt. Die einzige Ausnahme stellen hierbei die sogenannten SysEx-Befehle dar. Mittels SysEx-Befehlen kann in Ausnahmefällen auch Audio übertragen werden. Dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch. Schauen wir uns an, wie so ein Midi-Befehl aussehen kann. Wenn beispielsweise an einem Midi-Keyboard die Tastatur angeschlagen wird, werden zwei Datenblöcke am Midi-Ausgang des Gerätes ausgegeben. Das Statusbyte. Es sagt, eine Taste wurde gedrückt. Das erste Datenbyte. Es sagt, welche Taste gedrückt wurde. Und das zweite Datenbyte. Es sagt, mit welcher Anschlagstärke die Taste gedrückt wurde. Im ersten der drei Blöcke, im Statusbyte, wird also die Aktion als solche festgelegt. Die Aktion ist in diesem Fall das Drücken der Taste. In den darauffolgenden Datenbytes wird die Aktion genauer beschrieben. Welche Note wurde gespielt und wie fest wurde sie angespielt. Der Empfänger kann den Ton erst spielen, wenn alle drei Bytes empfangen worden sind. Im Statusbyte können verschiedene Aktionen bekannt gegeben werden. Im Beispiel vorhin haben wir einen Note-On-Befehl übermittelt. Dieser Befehl wird gesendet, wenn man auf einem Midi-Keyboard eine Taste drückt. Es gibt aber auch andere Befehle, wie zum Beispiel den Note-Off-Befehl. Er wird gesendet, wenn man eine Taste loslässt. Auch für diverse andere Vorgänge gibt es eigene Midi-Befehle. Sei dies das Betätigen des Fußpedals, das Umschalten eines Sounds oder das Bewegen von Pitchband oder Modulationsrad. Ein Empfänger kann diese Befehle interpretieren und einen entsprechenden Klang ausgeben. Wichtig zu wissen ist eben, dass über das Midi-Kabel außer in ganz speziellen Ausnahmefällen keine Sounds an sich übertragen werden, sondern nur die Befehle. Welches klangliche Ergebnis damit erzielt wird, hängt einzig und allein vom Klangerzeuger ab, der die Befehle empfängt. Schauen wir uns vielleicht noch ein zweites Beispiel für einen Midi-Befehl an, den Pitchband-Befehl. Das Pitchband-Rad am Keyboard wird zur stufenlosen Änderung der Tonhöhe verwendet. Es wird auch als Tonhöhenbeugungsrad bezeichnet. Wenn das Pitchband-Rad bewegt wird, wird folgendes gesendet. Das Statusbyte, es sagt, dass das Pitchband-Rad bewegt wurde. Und zwei Datenbytes, die bestimmen, wohin das Rad genau bewegt wurde. Auch hier hängt die Interpretation der Befehle vom Empfänger ab. Je nach Einstellung eines Synthesizers kann es sein, dass er bei voller Auslenkung des Pitchband-Rades einen Ton zum Beispiel um zwei Halbtöne oder um zwölf Halbtöne verstimmt. Es könnte aber auch sein, dass der Synthesizer gar nicht auf den Befehl reagiert. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Midi steht für Musical Instrument Digital Interface und bedeutet Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente. Es dient zur Fernsteuerung von Klangerzeugern und anderen Geräten. Midi sendet niemals Musik oder Sound, sondern überträgt nur Steuerdaten. Eine Ausnahme können hier unter Umständen sogenannte Sys-Ex-Daten darstellen. Die Midi-Steuerdaten werden in Datenblöcken übermittelt. Der erste Datenblock ist das Statusbyte. Es definiert die Aktion als solche und sagt zum Beispiel, ob eine Taste gedrückt wurde oder ob das Pitchband-Rad betätigt wurde. Auf das Statusbyte folgen zwei Datenbytes, die die Aktion genauer beschreiben. Im Falle des Note-On-Befehls beschreiben sie, welche Taste gedrückt wurde und wie fest diese Taste gedrückt wurde. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.